hallo leute hier wieder euer toso mit let's play enslaved more info wir sind hier beim dorf und da gibt es einiges das wir übersehen haben natürlich wie immer und das zeige ich euch dann gleich vorerst einmal ein kleiner rad kommt den draht nicht zu nahe und wir sehen uns gleich beim nächsten halusi ding das haben wir davon gesehen und nicht noch erreicht bis gleich also hier sind wir und seht ihr leute da oben leuchtet das halusi ding sage ich einmal so und bevor wir die erste brücke runter lassen laufen wir darüber und schauen ob wir das erreichen können und es sieht so aus als ob wir am richtigen weg sind gut so und ja da haben wir die tollste aussicht okidoki gut das haben wir das letzte mal übersehen und wir werden da noch einiges finden nämlich an bis gleich ja und da hätten wir noch ein halusi ding vor der letzten schlacht da oben bei dem wachtturm und das haben wir auch vergessen das holen wir uns dann gleich einmal ok so das letzte gefecht vor dem wachtturm und sind natürlich auf widerstand gestoßen kann es anders sein und jetzt schauen wir ob wir da runterkommen weil da unten ist ja das ding aber jawohl ok das waren fliegleimer gut so leute das war's für more info enslaved und ja ich glaube da gibt es nicht viel mehr zu finden wenn ihr selbst noch was gefunden habt dann sagt es mir ich hoffe ihr hattet spaß und es war informativ wir sehen uns dann gleich bei der nächsten folge wenn es heißt findet trippi tucker alles klar das war euer toso wünsche euch noch einen schönen tag ciao